Schau mal, das ist der Bildausschnitt. Und soll ich jetzt die Brille aufsetzen oder nicht? Soll ich das Ihnen ein Glas Wein oder eine 10D? Oh, ich will jetzt ein Buch. Ich könnte auch ein Wurstpistik in die Hand geben. Genau. Schau mal kurz zu mir. Genau, so ist es gut. Das ist ein super Licht in meinem Haar. Das sieht klasse aus. Aber es geht ziemlich gut aus. Der braucht die CD immer. Trico, bist du skeptisch? Überhaupt nicht. Die Schubladen sind auch ordentlich gefüllt. Ja, genau. Das sind keine cool Schubladen. Ja, einfach mal drauf. Einfach mal auf und zu, nochmal auf und zu. Perfekt. Dankeschön, jetzt Kaffee. Okay. Und dann brauche ich nämlich das andere auf. Gut. Okay. Genieß den schönen Abend. Wir sind fertig. Jo. Ah, geht doch ein bisschen vor. Eine antike Vase und Leite ist ja nicht so schlimm, war ja sowieso mehr örtlich. Da, probier можешь doch mal. Und dann viel Spaß. Wollt ihr an? Da, probier' your love.